Werfen wir jetzt einen Blick in unsere tierische Kinderstube und gehen mit dem Nachwuchs aus dem Wildtierpark Edersee auf Tapsige Entdeckungstour. Der kleine Efrat ist gerade mal fünf Tage alt, ein Wisent Baby. Diese wilden Rinder sind die größten Säugetiere Europas und für Mutter Else ist Efrat der allergrößte. Er bleibt sehr lange intensiv bei der Mutter, der Kontakt. Das heißt, er läuft nur bei ihr hinterher und wenn er sich irgendwo ablegt, bleibt die Kuh auch immer ein paar Meter daneben liegen. Vor 100 Jahren gab es nur noch 54 Wisente europaweit. Heute leben etwa 4.500 Verwandte von Efrat in Wildtierparks wie am Edersee. Und hier muss der Junior täglich dazulernen, etwa welches Gras genießbar ist. Wie kleine Kinder, die lernen auch jeden Tag was dazu, so ist das bei den Wisenten auch. Der kleine Efrat wird später einmal 900 Kilo schwer und bis zu zwei Meter groß. Genauso wie sein Papa Egen Wolf. Bis dahin ist Efrat aber erstmal nur für Mama der Größte. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.